So, ich habe meinen Interviewpartner wieder ausgetauscht. Jetzt heißt er Marcel. Hallo. Hallo Marcel und ist von Strohmann Games. Und auch er hat drei Spiele mitgebracht. Und wir fangen an mit der Autobahn. Richtig. Wir wechseln mal in die andere Perspektive. Und du erklärst mir einmal ganz fix, worum es hier geht und was uns erwartet. Genau. Also logischerweise nur in schnellen Schlaf. Ist ein Expertenspiel. Insoweit kriegen wir das jetzt hier nicht komplett erklärt. Aber das ist ja auch nicht, glaube ich, der Gedanke dahinter. Grundsätzlich sind wir historisch unterwegs so ein bisschen. Und zwar in der Nachkriegszeit bis heute quasi, bis 2020, spielen den Autobahnbau in Deutschland über drei Epochen. Und das ist deswegen wichtig, weil letztendlich die ersten zwei Epochen klassisch bis 1990 gehen. Das heißt, wir bewegen uns dann in Westerstein, der ehemaligen BRD und rechts die ehemalige DDR, die dann ab 1990 in der dritten Epoche dann quasi frei ist. Es gibt solche Marke, die eben jetzt diesen Ostblock auch nach Prag alles noch sperren. Und die werden eben, wenn man die zweite Epoche gemacht hat, werden die entfernt. Und ab dann kann man auch die anderen Autobahnen starten. Zum Start haben wir nur die A7 hier in der Mitte von Hamburg nach Würzburg. Und das Spannende an dem Spiel ist, vor allem auch, wie es gesteuert wird. Nämlich man hat hier fünf, zu Beginn haben wir die gelbe noch nicht, weil die gelbe Autobahn geht den Osten. Das gibt es noch nicht. Da hat man diese fünf Karten und hier fünf Aktionsmöglichkeiten. Und wenn man im Zug ist, lass uns mal so die Feinheiten weg, die Steuerung bedeutet einfach, ich nehme eine Karte und lege die auf eine Aktie ring. Also jeder hat so ein Tableau hier zufrieden. Genau, das ist ein Tableau. Ich habe es mal eins aufgebaut und jeder hat das gleiche Stapfdeck und lege von mir aus hier eine rote Karte hier hin. Das bedeutet, ich baue eine Straße. Oben links gibt es die Straßen. Und dadurch, dass es eine rote Karte ist, muss ich die auf die rote Strecke bauen. Genau, so wäre das. Er hat bestimmte Kosten, die sie mit sich bringt. Das würde mir einen Sitz im Bauamt für die rote Autobahn bringen. Die Autobahnen selber sind, je mehr Kreuzungspunkte quasi in den Städten sind und je mehr ausbauen, in eine zweispurige oder dreispurige, je nachdem, dann steigt auch der Wert von der Autobahn. Und am Ende jeder Epoche wird, je nachdem, was für Sitze man hat, wie viele Sitze man hat, bekommt man dann das Geld eben ausbezahlt. Um eben wieder wieder flüssig zu sein, man beginnt das Spiel mit zwölf Geld. Das ist nicht ganz so viel. Für den Start reicht es aber erstmal. Und wenn man neben so eine Autobahn baut, kommt man hier rein. Für die schwarze Autobahn, die zu Beginn drin ist, hat jeder, bereits jeder hier einen Sitz drin. Aber auch das kann wechseln, denn wenn so eine Reihe voll ist und es wird ein neuer reingeschoben, dann schiebt der quasi von links hier rein und was rechts tritt, es wird rausgeschoben. Was aber gar nicht so schlimm ist, denn dann komme ich hier quasi in die Verwaltungsgebäude rein und das muss ich machen, um Siegpunkte zu kriegen am Schluss. Das Spiel ist nämlich... Das war für Geld und das ist für Siegpunkte. Genau. Natürlich habe ich dann weniger Einkommen, muss eventuell vielleicht wieder was bauen, damit ich wieder einen neuen irgendwo hier reinsetzen darf. Aber um das Spiel zu gewinnen, um die Siegpunkte zu sammeln, muss ich hier vertreten sein. Entweder in der Lobby hier unten, da gibt es eben dann zwei Siegpunkte für jeden, die ich drin habe, oder eigentlich versuche ich hier auf den Etagen hochzusteigen und habe dann verschiedene Schlusswertungen. Es ist aber, wie gesagt, das Gegenteil eines Punktesalats, denn es gibt wirklich im Laufe des Spiels keine Punkte, sondern wirklich nur am Ende für das, wo man eben hier drin ist. Und auch nicht besonders viele, so wie es aussieht? Ja, das ist so der Endpunkt, das stand, ich sehe hier nur eins und zwei und drei. Gestern haben wir, glaube ich, mit 30 Punkten gewonnen. Okay. Genau, und Dallas Weeks kann ich hier, kann ich dann eben Autobahnen bauen, hier kann ich Autobahnen ausbauen, wie gerade schon gesagt, das kostet alles immer Geld und ich bekomme dafür aber auch wieder Sitze. Hier kann ich, das ist die nächste Geschichte, kann ich einen LKW beladen. Wenn ich zum Beispiel eine lila Karte hier reinspiele, dann bedeutet das, der belädt quasi Waschraschinen oder weiße Ware. Lila bedeutet, der würde hier in Bad Hersfeld bedeuten, lila schwarz, dann würde ich das da hingehen, würde den entsprechenden Container hier draufpacken und würde dann, also das ist nur Belahnen. Ich lege das mal einmal kurz an, damit es so aussieht. Und könnte dann immer, wenn ich eine Karte spiele, also die Aktionsphase, triggere ich die Aktion, wie gesagt, mit der Farbe triggere ich, wo ich die Aktion spiele, also auf dem Plan und mit der Aktion selber eben welche Aktion ich mache. Und am Ende meines Tages, wenn ich meine Aktion gemacht habe, darf ich alle meine LKWs, zu Beginn habe ich nur einen, einen zweiten könnte ich mir noch freischalten, dann, wenn die auf einem Feld dieser Farbe stehen, dürfte ich die entsprechend bewegen. Und die würden sich dann bewegen und ich probiere die. Ich habe am Anfang so eine Tafel, wo ich verschiedene Güter, also zum Beispiel diese weiße Ware, müsste ich nach Holland bringen. Da ist dann nicht mal die Autobahn gebaut, aber grundsätzlich probiere ich dann eben, das nach Amsterdam zu fahren und natürlich auch die Strecke da auszubauen. Gleich hat man auch zu Beginn, das wäre jetzt eine gute Kombi, ich habe hier auch zu Beginn, aber auch solche Karten, Nürnberg-Amsterdam, auch das wird immer nach Ende einer Epoche gewertet. Und je besser diese Verbindung quasi ausgebaut ist, umso mehr bekomme ich. Das ist entweder Geld oder eine Beförderung. Die Beförderung wiederum brauche ich, um hier reinzukommen gegebenenfalls oder eben auch hier hochzusteigen. Allerdings muss ich, um hier hochzusteigen, auch hier Ausbauten gemacht haben, die ich wiederum mit dieser ersten Aktion hier mache. Also wenn ich das hier mache, dann darf ich hier einen grünen Schlüssel nehmen und darf den hier irgendwo quasi in so ein Schloss stecken und triggere damit eben eine Aktion oder verbessere eine Aktion oder eine Zusatzaktion. Und dann kann ich entsprechend da hier weiter aufsteigen. Und das eröffnet mir eben auch, das sind die Schlüssel hier abgebildet, den Schritt hier weiter hoch. Okay, und wenn ich jetzt meine fünf Karten ausgespielt habe, die Aktion gemacht, du hast immer noch eine, voll da dran bist, machst du immer noch eine, und du kannst dann anstatt einer Aktion, kannst du dich entscheiden, ich nehme meine Karten zurück, dann kriege ich auch so viel Geld, wie ich drin habe. Wenn ich es geschafft habe, alle Karten auszuspielen, dann darf ich am Ende der Runde alle auf die Hand nehmen wieder. Allerdings kriege ich dann auch kein Geld dafür. Die letzte Aktion habe ich noch nicht gesagt, da kann ich hier Tankstellen bauen, auf dem Plan, wo ein freier Platz ist und schalte mir eben auch, wenn jetzt ein LKD hier vorbeifährt, dann verdiene ich Geld. Oder wenn es selber, wenn man vorbeifährt, kriege ich eben auch noch was. Also wie gesagt, ein Experten-Spiel, schon sehr, aber sehr schön verzahnt und eben diese Kartenmechanismus, der ist eben sehr, sehr spannend, was man damit machen kann. Und so baut sich das Ganze dann hier so aus, so eine Mischung aus eben, ja, Rank-Building und Pick-up and Deliver, aber eben auch hier so ein bisschen Engine-Building auch, wie man dann reinkommt, dass man dann hier... Aber wenn ich das richtig sehe, also man ärgert die anderen in dem Spiel nicht, man guckt eher, was bauen die aus, wo kann ich von profitieren? Genau, damit, genau. Ärgern vielleicht, wenn der eine halt, wenn du eine Tagestellung hinbauen wolltest, weil gerade ein Platz frei ist und der andere dir zuvorkommt, das schon auch. Aber grundsätzlich geht es darum, eigentlich da ein Straßennetz zu errichten, wie gesagt, die Autobahnnetze zu errichten, um eben auch Güter transportieren zu können. Es gibt jetzt auch verschiedene Boniplättchen, wenn man jetzt hier nach Amsterdam was liefert, darf man sich eins dieser Plättchen nehmen, dann darf man pro Runde eins nutzen. Ich kann auch, hier gibt es bessere Karten als die Startkarten, die ich habe. Das heißt, auch hier gibt es Möglichkeiten, mit bestimmten Aktionen eine verbesserte Karte zu haben, die halt außerhalb nicht nur die Farbe bringt, sondern die eben nochmal einen Bonus bringt, wenn du mit dieser Karte diese Aktion machst. Ja, aber so die üblichen Sachen, die noch reinkommen und hier gibt es noch eine Leiste, die man dann auch gerade mit solchen Symbolen hier entlang fährt. Da kann ich mir diese Dinge hier verbessern, weil das ist das, wo ich maximal, wie oft ich maximal diese Aktion machen darf oder wie viele Karten ich maximal inlegen darf. Also wenn ich einmal einen LKW beladen habe und ich habe noch vier Karten, durfte ich mir diesen vier Karten erst mal den LKW nicht mehr beladen, weil ich das nur einmal machen darf. Wenn ich es wieder auf die Hand habe, dann eröffne ich es wieder wieder. Und wenn ich das aber eben hier zum Beispiel so ein Upgrade habe, dann kann ich das umdrehen und dann darf ich das zweimal machen, bevor ich meine Karten wieder zurücknehmen müsste. Was dauert so eine Spielrunde? Sieht ja doch sehr komplex aus. Ja, ist es auch. Also die Erstrunde, die Erstpartie ist sicherlich ein bisschen dort länger, würde ich mal sagen. Also mit Erklärung, da war das drei Stunden schon ein Plan. Aber die Lernkurve ist auch recht steil. Ich denke, das wird dann von Partie zu Partie schneller und ich denke, dass ich dann klassisch auf den Zwei-Stunden-Level dann schon auch einpendel. Wie skaniert das jetzt mit mehr oder weniger Spielern? Es gibt eine Sono-Variante, das dreht sich um, das ist ein Sono-Bot. Und ansonsten, hier am Aufbau, verändert sich eigentlich nichts. Okay, bleibt die Karten hart. Genau, man spielt, also die Anzahl der, also die Epochen ändern sich immer, wenn eine bestimmte Anzahl an Strecken gebaut wurde. Insoweit brauchen dann eben nur zwei Spieler. Das heißt, dann dauert die eine Epoche eben entsprechend länger. Man hat mehr Aktionen, bis die Epoche sich wechselt. Zu viert geht es dann auch mal schneller. Also wenn man zu viert auch weniger Punkte wahrscheinlich am Ende haben. Das ist eine gute Frage. Ich denke ja, ich glaube es ist gar nicht so präsent, wenn wir das Beißen zu viert gespielt haben. Aber genau, die Punkte anzahlen, das dürfte sich ja nicht gleich bleiben, aber verteilt sich dann eben auf zwei anstatt auf vier Spieler. Okay. Ja, sehr schön. Ja. Das war Autobahn. Spannend aus, aber auch kompliziert. Wollen wir gleich kompliziert weitermachen? Ja, so kompliziert hat niemand mit die Epochen jetzt. Ja, dann gehen wir gleich über zur Erweiterung. Genau, wir haben eine Erweiterung. Also die Neuheiten, die wir jetzt hier haben, sind exakt tatsächlich Berliner Neuheiten. Das Autobahn ist jetzt tatsächlich, haben wir da schon online die ersten Anfang der Woche jetzt verschickt. Aber es ist jetzt wirklich hier erstmalig erhältlich. Kann man erhältlich im Messbankorten. Genau, es gibt also noch im Handel, ist es was noch nirgends. Wird jetzt aber in den Handel auch gehen. Die anderen zwei Sachen, die ich jetzt noch zeige, die sind quasi wirklich ganz brandheiß. Ich weiß ja noch, heiß von einem Drucker. Also die sind jetzt, ich habe die selber erst gestern das erste Mal gesehen. Okay. In körperlicher Form. Die haben wir direkt, schon gesagt, hier willkommen. Da muss ich zu meinem Beschwingen sagen, ich habe noch nicht mal das Originalspiel-Promo. Ja, nein, das ist so. Ich schaue es bei nicht. Ich sage da nichts dazu, aber... Wäre bereits für dich. Ihr wisst, was das bedeutet. Genau, das ist die Erweiterung zu Beyond the Sun. Die geht ganz frisch jetzt hier da. Die bringt eben ein paar Module mit zum Grundspiel noch rein. Halt auch mal so. Genau, oder so, beziehungsweise... Ja, aber du hast ja nichts aufgebaut. Also schneit einfach mal auf die Gesichter. Genau. Beziehungsweise... Schnell was hin? Nee, dann kannst du ruhig wieder hochschalten. Nämlich hier so mit dem Spiegel nicht zu arg. Dann sieht man nämlich, was drin ist. Nämlich einmal ein Solo-Modus. Das heißt, man kann es jetzt auch Solo spielen. Gegen die Anarchisten, die dann da spielen. Es gibt ein Anführer-Modul, das das Spiel nochmal asymmetrischer macht. Das heißt, jeder draftet zu Beginn Anführer, die einem eben verschiedene ganz klassische Fertigkeiten geben, die eine oder andere Aktion verbessern oder besondere Dinge nochmal machen lassen. Also nochmal etwas asymmetrischer. Und es gibt eben als Drittes noch diverse Zusatzinhalte, die man zum Grundspiel dazunehmen kann. Sei es jetzt weitere Karten, weil so ein Spiel kennt, es gibt die Ereigniskarten, es sind neue drin, es gibt neue Technologien, es gibt neue Systemkarten. Und es gibt zwei neue Fraktionen, die man spielen kann im Expertenmodus, die eben auch nochmal was Besonderes machen, was halt eben die originären vier eben noch nicht drauf hatten. Das klingt nach einem unvorreichenden Paket. Genau. Ich habe es jetzt nicht aufgepasst, weil das ist eine reine Erweiterung. Ohne das Grundspiel ist es eh ein bisschen verloren auf dem Tisch. Sollte man jetzt kennen das Grundspiel, wenn nicht mit solch der Halbmachtraum machen. Genau. Was kostet die Erweiterung? Die kostet UVP 35 Euro. Klingt fair für eine Erweiterung. Ja, ist jetzt meinungsfrei. Rio Grande, genau. Rio Grande produziert in Deutschland, deswegen sind die Rio Grande-Spiele meistens etwas teurer als die anderen, weil dafür sind sie in Deutschland produziert. Na ja, was heißt etwas teurer? Bei den anderen kommen Versand und Steuern mit drauf. Ja, aber meistens auch Steuern kommen die mit drauf normalerweise. Aber bei Kartenspielen, da kommen wir gleich dazu, da wird tatsächlich gute Zoll anfallen. Aber ja, das ist dann, in der Regel ist es mit Versand noch günstiger. Das ist aber so, das liegt in der natürlichen Sache. Aber deswegen natürlich trotzdem besser, wenn es in Deutschland produziert auch ist. Und dann über die Autobahn eben dann zu und zu. Okay, dann lass uns mit dem letzten Spiel die Sache. Das dritte Spiel, die wir endlich mal hier drauf, dann sieht man vielleicht von oben nochmal, ist Windjammern. ist tatsächlich kein neues Spiel, in der Version allerdings schon. Der eine oder andere kennt das Originalspiel noch, das war Texas Showdown, das bei Amigo erschienen ist. Ich fülle es mal einmal auf, ein paar Karten rein zu beteiligen. Das ist Texas Showdown, das ist schon länger vergriffen. Wenn man das kaufen wollte, hat man meistens so ein paar Euro mehr in die Hand nehmen müssen, auf Ebay. Und Rio Grande wusste ich, dass die auch sehr große Freund des Originalspiels waren. Und irgendwann habe ich gehört, dass die eine Neuauflage mit Beth Sobel-Illustrationen eben machen. Und da habe ich gesagt, ja, da bin ich gern dabei. Und deswegen haben wir das jetzt quasi als Neuauflage von Texas Showdown mit dem Programm. Ist ein, also unseren Reihen sehr, sehr, sehr beliebtes Stichspiel. Nur einen ganz kleinen Twist, also ein paar so in Besonderheit also schon, aber der wesentliche Twist ist eigentlich, dass du bei einem Stichspiel, also dem Stichspiel möchtest du keine Stiche machen. Und der Twist ist, dass der Bedienzwang, den du Stichspiel normalerweise auf die erste Karte immer hast, hier auf alle Karten im Stich liegen. Das heißt, wenn jetzt jemand mit einer Orangenkarte eröffnet und du hast keine Orangen, dann kannst du spielen, was du willst. Aber wenn da der Nachdicht dran ist, der muss jetzt nicht zwingend die Orangene bedienen, die angespielt ist, sondern kann irgendeine Frau bedienen, die im Stich liegt. Und kann damit so ein bisschen steuern, ja, erst einmal vielleicht, das ist gut für ihn, weil er bei Orange vielleicht eine höhere Karte hätte legen müssen und den Stich selber bekommen hat. So hat er dann plötzlich eine, ja, eine Tür aufgemacht und dann kann er sagen, okay, da lege ich die Karte, dann kriege ich den Stich nämlich nicht. Oder er kann einen anderen auch reinreiten, weil den Stich bekommt der, der quasi in der längsten Farbe, also die Farbe, die am meisten im Stich vertreten ist, die höchste Zahl hat. Das heißt, das kann durchaus sein, dass du mit einer Vier den Stich machst, weil halt in der niedrigen Zahlen Farbe drei Karten liegen und der, in der 70 gespielt hat, da liegen eben nur zwei in der Farbe und dann müsste er in der 70 gut losgeworden und der mit der orangenen Vier kriegt den Stich. Also damit hat es immer so sehr, sehr schöne Zwist, ist sehr kurzweilig und sollte immer wieder für Spaß, wenn man so denkt, ah ja, der ist jetzt safe, die Karte und dann plötzlich merkt man, okay, die Farbe, hat keiner mehr dringend die Farben und dann bleibt es mit zwei Karten die längste Farbe und dann hat man auch, obwohl die zwei, die die riesige Karte hat, dann vielleicht der den Stich gemacht. Und hin war jetzt noch noch eine Frage drin, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, das Thema ist jetzt eben, du kriegst das Showdown und war es halt eben ein bisschen mehr abstrakt oder so im Wilden Westen, so ein Shootout mehr oder weniger. Hier ist das Thema jetzt eben Wind, ja man im Original im Englischen heißt Seas of Strife. Das ist so ein bisschen so unruhige See, so Streit auf See oder in Richtung und entsprechend werden die Karten von den Niedrigen, die dann eher so Flaute darstellen, werden sie immer, wird die See immer unruhiger bis am Schluss eben, weil dann in den 70er-Jährigen die gerade gezeigt haben, dass dann die Krake dann sich sogar aus dem Fisch zieht. Okay, aber das ist jetzt einfach nur als Illustration. Genau, als Illustration ist thematisch. Nein, die meinte, der hat dann quasi verloren. Richtig, und sobald einer am Ende einer Runde zwölf Stiche hat insgesamt, also man zählt quasi von Runde zu Runde mit, dann endet das Spiel und man dann insgesamt in diesen Runden die wenigsten Stiche gemacht hat, der gewinnt. Okay, gut und das Spiel gibt es ja jetzt auch schon bei euch, also alles quasi verfügbar jetzt? Korrekt, wie gesagt, diese beiden ganz frisch, die werden jetzt auch erst die nächsten Wochen wohl im Handel dann ausgeliefert, in den Handel ausgeliefert werden und auch automatisch vielleicht ein bisschen schneller, weil das eben doch jetzt schon auf Lager war und jetzt erst hierher gekommen ist. Wie gesagt, die haben wir jetzt Gas vor ein paar Tagen gekriegt. Hier können wir da auch für den Original noch dienen? Nein, das Original ist leider immer noch vergriffen. Wir wollten gerne die Neuauflage machen. Da gab es leider zwischen Rio Grande und dem Hersteller wohl ein Kommunikationsproblem. Auf jeden Fall in der letzten Printrand war leider die deutsche Version nicht mit drin. Ja, was wir eigentlich geplant hatten, jetzt müssen wir warten, bis der nächste Printrand, die nächste Auflage gedruckt wird und da sind wir dann mit der deutschen Version wieder mit dabei. Da kannst du aber noch nicht sagen... Nee, das weiß ich jetzt nicht. Also ich füge auf der 2,24 wenn es gut läuft, wenn es gut läuft, auch schneller. Der Vorteil, wie gesagt, das wird in Deutschland produziert. Wenn es fertig ist, haben wir es auch innerhalb von ein paar Tagen und müssen nicht nochmal zwei Monate Seeweg aus China einplanen. Also erst mal die Erweiterung für alle, die für das Originalspiel haben, die können da schon mal reinschauen. Genau. Das ist natürlich ärgerlich, dass ich das Originalspiel noch nicht habe und bei dem Flow schon alle drüber gefühlt sind. Na ja, gut. Ja. Alles klar. Dann Dankeschön, Marcel, für die Vorstellung deiner Expertenspiele. Gut, außer Windjammern, aber... Ja, das ist auch gehobenes Lernerniveau, also würde ich sagen. Also das ist der Experte. Der Strich war kurz vor Experte. Hier ist Orange. Hier oben das Kennerniveau. Das ist wie ein einfaches Kennerngehobenes Expert. Aber es ist schon am oberen Ende da. Aber das ist komplexer als das Original von Beyond the Sun als Grundspiel. Ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, ich danke auch. Und dann noch viel Erfolg hier auf der Berlin-Koll. Ja, danke. Bis fern. Tschüss. 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 Tschüss.